Wir haben jetzt die total gute Idee, am Silvesterabend noch einkaufen zu gehen. Mal sehen, ob noch jemand anders auf die Idee gekommen ist. Das ist deutsches öffentlich-rechtliches Silvesterfernsehen. Bitte schalten Sie das Licht aus. Bitte schalten Sie das Licht aus. Oh, danke. Danke schön. Frohes neues Jahr, Siri. Ach ja, heute ist Neujahr. Sie hatten die ganze Zeit so einen Anfühlstäb gewusst und wussten es nicht. Woh! Ich habe den Bokan bei euch, aber ich weiß nicht, nein, 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 nein. Vielen Dank.